den uhr da kommt doch einiges zusammen ich sollte auch mal ein bisschen tiefer gehen hier so oberflächlich sind auch tiefer da wo die guten sachen sind hey was geht was ist so ein skelettor gewesen aber was habe ich gekriegt schade auf minimum ich habe quasi den eingang in diese schneise gefunden ich habe schon über ein sack kohle jetzt was in der kiste liegt ja wir sollten später auf holzkohle umsteigen irgendwann die muss man dann auch erst extra machen gelesen als tipp einfach weil die halt erneuerbar ist das heißt sie kann einem eigentlich nie aus richtig du wirst immer genug dinge 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 haben ok nice und wieder einen baum zu pflanzen gold mami hier ein enderman schon cool irgendwo ein scheiß skelett auch vor einem singleplayer leckt mich fett sowas hast du noch nicht erlebt lauf so dunkle höhle rein die form ihren creeper und denkst du scheiße ok aber kurz davor zu explodieren ich lauf paar schritte zurück was ist ich lauf direkt in einen anderen creeper rein lol er geht hoch doch natürlich normal wenn du so ein bisschen wegstehst von denen und die hochgehen kriegt so ein bisschen schaden Aber ich stand in ihm drin. Ja, ja. Okay, das ist behindert, ja. Das stimmt. Seinen grünen Creeper-Arsch ins Gesicht gesteckt ist. Check that ass, Creeper. Let me see what you got, so check that ass. Goldmanns. Wie bin ich denn? Geekupfer. Okay, äh. Ah. So. 30, 31. Ah, ich hab wieder Marvel gefunden. Marvel. Das gibt's ja echt. Ja, Marvel. Ja, Marvel gibt's echt. Ja, das gibt's ja. Und DICE. DICE, gell? DICE? Ne, DICE ist doch, äh, äh, die Mauer von Battlefield. Ja. Ja. Wie heißt das andere? Marvel. DC. Ah, DC, genau. Ja. Ich bin ja nicht ganz so auf der Höhe. Ja. Ja, das weiß ich. Ja. Ach so, du meinst jetzt nur Creeper. Nur bei dem, oder? Ja, ach so, ja, ja, nur bei dem. Ach was, du. Alter. Du bist am Arsch, ey. Hey. Oh, hey, Skeletor. Oh, du kleiner Pisser. Creeper. Nein. Creeper nicht explodieren. Wie? Ich will hier auch noch gleich runter. Das hängt mich grad an Dora. Ja, Mann. Swiper nicht klauen. Oder wie der Fuchs heißt. Ah, Swiper. Schon Fuchs. Aber bloß vom Geruch her. Dora ist einfach zu genau. Warte. Hier. Von da kann ich Englisch, warst du? Mhm. Backpack. Rucksack. Oder Map. Karte. Boah. Was? Hast du gewusst, dass Dora in englischsprachigen Ländern nicht Englisch beibringt? Was? Was dann? Deutsch, oder? Nee, nee. Karte. Sack, Karte. So. Hey, was geht ab? Rucksack. 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 Kameraden. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur Deutschstunde. Woah. Hey, Creeper explodiert, komm. Jawoll. Danke, dass du mir die Kohle abgebaut hast. So muss sein. Voll genial, ja. Wenn du... Ja? Creeper als deine Wasserhallen benutzt. Ja, Mann. Los Creeper, spreng mir die Kohle weg. Boah. Oh, hier hat's coole Sachen. So Sachen... Die Farbe hab' ich noch nicht gesehen. Was ist denn das? Was? Ah, Quarz. Wat? Nee. Nicolit. Oh, Nicolit. Oder Nicolait, oder so. Hört sich nach Batterien an. Das hab' ich gestern ja auch schon mal gesagt. Ja. Aber... Aber... Ja. Gestern ist nicht mehr. Heute. Was? Ja, gestern ist... Gibt's nicht mehr. Ist kaputt. Creepy. Ach, jetzt brauch ich noch mal. So... Oh, kleine... Dreckige Fledermaus. Du... Hure. Sag's, wie's ist, Billy. Sag's, wie's ist. Nee. So was sag' ich nicht. Oh, du Hure. Wie weit ist der Ofenbecker? 69. Höö. Meter, okay. Hufa? Pfff! Alter, ich hasse das, wenn... Wenn ich über mir grad sowas wegbaue und ich weiß, okay, da geht's gleich weiter. Ja. Dann baue ich das ab. Und dann direkt mit dem Schwert in der Hand hochspringen und... Dann bin ich alles in die Fluchtstabe. Ingegen. Ja. Alter. Der Hölle Schwein, was machst du hier? Was? Na, Creeper, was guckst du nicht so sagen? Beine sind überall, was? Komm, ich geb dir jetzt mit dem Bummer an. Hä? Oh! Oh! Du... Lol! Was? Ich hab grad explodiert. Ich hab's gehört. Woll. Wo bist du? In der Nähe. So wie scheint. Ich hab so... Ich hab so mit dem Schwein geredet. So nah. Was weiß ich. Da kommt von hinten ein Zombie. Schuckt mich fast zu dem Creeper runter. aber der zombie ist auch drauf gehören so viel 0 wie es gespackt hat grad ich sollte mir ein eimer machen gibt es nicht für minecraft auch irgendwie ein mod wie für skyrim mit spinnen alle so bären sind die stehen echt haben wir also für skyrim gibt es ein mod für leute mit spinnen für skyrim gibt es jeden mod wo man sich wünschen kann möchte ich meine der mod ist zwar übel verpackt aber es ist lustig und auf einmal so ein bär von der weg rund um kann man schon machen